Hi Lokos, was geht ab Freunde? Willkommen zu einem neuen Video mit meinem... Dem Boss! Übertreib nicht, mit meinem großen Bruder. Wir machen heute ein komplett blindes Draft, ohne irgendwas zu sehen. Ja, wie? Also wir brauchen irgendwas, um unsere Augen zu verdecken. Gibt es, haben wir irgendwas? Hier, das hier könnte ich dir empfehlen. Nein, nein, scheiß mal drauf. Nimm mal das T-Shirt oder so. Ich fang an und der Verlierer wird auch. Jetzt komm nicht mit so einer Strafe schon wieder wie letztens. Bei dem letzten Video musste mein Bruder das hier in seine Story posten. Und diesmal muss der Verlierer ein Video aufnehmen. Der Gewinner darf entscheiden, Digga. Ja, okay. Okay, ich schlage mal rein. Siehst du was? Nein. Okay, wir gehen rein. Ich fang an mit dem Draft und ich werde es bekommen. Ich bin drinne, ne? Bin ich drinne? Ja, Formation. Du siehst nichts, ne? Ich nehme einfach irgendeine Formation, ich sehe eh nichts. Okay, gib mal wenigstens so ein paar Tipps so. Drei Goldkarten, aber auch eine Icon. Eine Icon? Eine Icon haben wir auf. Auf welchem Spieler bin ich gerade? Auf der vier. Ich glaube, ganz hinten sind immer die Icons. Buh! Hab ich die Icon getroffen, sei ehrlich? Nein. Komm schon, bitte gib mir einen guten Stürmer. Ist er ein guter Stürmer bei so? Ja. Er ist nicht hier, sondern daneben. Bam! Ähm, ich gehe mit dem linken Flügel. Habe ich überhaupt einen linken Flügel? Hm, ich darf heute leider keine Infos werden. Ey, ich habe eine Scheiß-Formation. Habe ich eine Spiele ausgewählt gerade? Also habe ich einen Pick offen? Du hast einen Pick offen. Ja, sag mal ein bisschen was, so ein paar Tipps wenigstens. Was soll ich dir sagen? Ich sehe nichts! Es gibt einen Argentinier und ich glaube, dass der Argentinier auch die stärkste Karte ist. Messi! Habe ich Messi getroffen? Nein, du hast nicht Messi getroffen. Es war Messi drinne? Es war nicht mal ansatzweise Messi. Ja, okay. Ja, ich habe jetzt einen Pick wieder offen. Du hast einen offenen Pick. War das gut? Das ist doch was, Alter. War das gut? Ey, ich kann es doch was sehen, Alter. War das gut? Das war übertrieben gut. Ich weiß, wer drinne ist. Wer? Rashford. Nein. Dann nehme ich den hier. Habe ich eine Icon? Ja. Ja! Habe ich getroffen? Mhm. Okay, dann muss es bisher eigentlich ein gutes Draft sein, so wie es rausgehört hat. Ich nehme mal den ersten einfach direkt. Nicht schlecht. Der letzte Verteidiger, ne? Das ist der, nee, das ist der zweite Verteidiger. Ich dachte, das wäre schon jetzt der rechte. Nein! Bamm! Jetzt ist der Pick offen. Der Pick ist offen. Okay, ich habe das Gefühl, der hier ist ein Muttersöhnchen. Der hier ist so, hm, seine Frau mag ihn nicht wirklich. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Und der hier hat einen sehr, sehr langen. Und deswegen nehme ich ihn. So, wie viele Picks sind noch offen? Noch zwei. Das ist jetzt mein rechter Mittelfeld? Ja. Dann könnte drin sein Messi. Jetzt noch der Torwart, oder wie? Ja. Okay, habe ich einen, der Chemie geben würde? Ich habe auf Chemie nicht geachtet, aber du hast einen sehr, sehr stark. Ja, geh. Ich nehme einfach mal den. So. Okay, ich habe die Startaufstellung gemacht. Der Rest wird automatisch ausgefüllt. Und dann darf ich nochmal versuchen, mit denen, die hier sind, das Team perfekt zu machen. Boom! Es wird aufgefüllt. Ist fertig? Jetzt ist es fertig, ja. Oh! Ronaldinho! Ich versuche nochmal, das Beste rauszuholen aus dem Team. Warum ist es so hell? Digga! Es ist ein bisschen zu hell. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus, das Draft. Uh! 93 Chemie! Ja! 94 Chemie! 90er Bewertung! Uh! Ey! Das ist so, ey! Dafür, dass ich alles blind gemacht habe, zeigt jetzt noch der Trainer. Mach die 100 Chemie voll. Nein! Ja! Komm, bitte 100! Bitte! Oh! Okay, 7,9. Das ist trotzdem gut. 187. Das musst du jetzt erstmal knacken. Okay. Okay, wir wechseln die Seiten kurz. Übertreib nicht. Hallo? Ja, ja, ja. Hey! Sorry, sorry, sorry. Sorry, nein, nein. Nein, ja, ja, okay, 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 okay. Ja, okay. Gleich fick ich dich. Das war das letzte Mal, Spaß. Ja, ja, sie. Bitte! Ah! Ja, 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 bitte! Oh, bitte! Siehst du auch nichts? Ich sehe gar nichts mehr. 100%? 1,000,000%. 1,000%ig. Draft öffnet dir, jetzt hast du die Formation vor dir. Muss ich Ja nochmal drücken? Du musst nach oben gehen und dann Ja drücken. Ja, jetzt bist du drin. Jetzt hast du die Kapitäne. Okay, soll ich dir sagen, was drin ist? Ja, sag mal was. Eine Icon. Eine Icon? Ja. Habe ich die Icon? Ja, hast du. Sag, auf ehrlich? Ja, du hast die Icon getroffen. Laber, kein Scheiß. Nein, hast du nicht. Wollte ich schon sagen. Okay, wo bin ich jetzt im Draft? Äh, im RM. Okay, ist was Geiles dabei? Äh, kennst du Messi? Nein. Sein Freund. Ah, Angel. Nein, nicht wirklich sein Freund. Der andere. Ronson. Cristiano Ronaldo. Ja, mein ich doch. Ja. Salas. Er ist es. Ronaldo, willkommen im Team. Hallo. Hey, du feine Fetze. Dreckig, du Scheiß. Oh. So, jetzt bin ich wo? Linker Stürmer. Linker Stürmer, ja. Ah, du hast direkt genommen. Ja, richtig. Ist gut. Ein Argentinier. Ah, du hast... Ah, warte, warte, warte. Ja. Stopp, ganz kurz. Äh, du wolltest ZDM nehmen, ne? Ja, was habe ich genau? Nein, du musst jetzt einen nach rechts. Habe ich noch nicht X? Nein, du hast es falsch gemacht. Muss einen nach rechts. Ja. Nein, versuch mal... Mach mal so nach oben links. Ja, genau. Jetzt musst du X drücken, dann öffnet er sich. Ey, warum habe ich das Gefühl, dass du mich verarscht? Amit. Hä? Habe ich mich verarscht? Nein, du bist jetzt auf ZDM. Ich bin jetzt gerade auf dem fünften Pick, ne? Also auf dem fünften, oder? Ja, du bist auf dem fünften Pick. Okay, dann ist es der hier, den ich brauche. Wo bin ich jetzt? Okay, jetzt bist du auf RM-Pick. Da war ich doch schon. Ja, den hast du schon. Also den kannst du nicht auch machen. Gehen einen nach links. Noch einen? Noch einen? Jetzt bist du auf dem zweiten ZDM. Okay. Ohne reden. Du hast direkt genommen, Digga. Ohne reden, Alter. Oh mein Gott. Warum? Hallo, was ist los? Junge. Ich habe Schmodder genommen, oder? Ja, war Schmodder, Digga. Aber direkt daneben war eine Icon. Komm, Baby, komm, bitte. Ich brauche einen fetten ZDM. Müll. Da ist ein 97er dabei. Boah, Digga. Gib mir einen Tipp, Hamza. Ich heiße nicht Hamza. Ham, Ham. Okay, ich sage mal so. Ich sage dir die Nation. Okay. Pick 1, Belgier. Pick 2, Brasilianer. Pick 3, Franzose. Pick 4, Deutsch. Pick 5, England. Das könnte jeder sein. Ja. Und den. Ich gebe mir die Hautfarbe von dem Spieler, wo du sagst, I win. Ach so, schwarz. Ich nehme die 3. Wo bin ich gerade? Auf der 1? Bin ich jetzt auf der 3? Ja, das war der Schlechte. Der letzte Mittelfeldspieler. Nur 0. Ist egal, wen du nimmst. 1 Tots ist dabei. Valos. Oh, Baby, komm. Das dauert gerade. Jetzt siehst du alle. Oh, da ist ein 95er dabei. Die anderen sind alle viel schlechter. Du hast ihn. Nein. Doch, du hast den 95er bekommen. Er ist schwarz aus der Serie A. Ich schmeiße meine ganzen Sachen um. Okay, Baby, komm. Letzter Innenverteidiger. Woo. Ich habe ihn. Er ist hier. Und ich... Nein. Da? Hier? Da? Habe ich ihn? Nein. Okay, fertig. Nee, noch der Torwart. Es ist die 3. Richtig? Nein. Okay, jetzt musst du vervollständigen, im Dreieck. Okay, Bank ist... Okay, du kannst aufmachen. Po! Ja, ich sag doch, das blendet. Das sieht ja Müll aus. Dein Job ist auf jeden Fall heftiger. Hey, Ronaldo, habe ich oder wie? Du darfst noch so lange, wie du willst, probieren. Aber ich habe gewonnen. Ich weiß. Du schaffst es jeweils, Digga. Du hast ein Chemie in halben Stunde hinbekommen. Dass ein Chemie mehr ist. Ja, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Das heißt, ich darf entscheiden, was du in dem Video sagst. Und ich post das auch auf dem Zweitkanal. Hamid ist eindeutig der bessere FIFA-Spieler von uns beiden. Zudem ist er auch noch hübscher. Er kriegt mehr Frauen. Er ist witziger. Sympathischer. Ja. 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 Vielen Dank.